Unser Dance Battle steht heuer im Zeichen des Regenbogenes. Und das aus gutem Grund. Wir planen einen eigenen Truck auf der Regenbogenparade zu haben. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Danke an das Jugendkreft Donaustadt, dass sie uns jedes Jahr diese Möglichkeit geben, dass wir das überhaupt machen können. Und danke alle, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß. Enjoy. Hey yo, what's up? Hier ist Octo Television 2016. So, wie findest du's dabei? Ja, die Stimmung ist super. Leute wärmen sich auf. Alles passt eigentlich bis jetzt. Ich freue mich schon. Ich wette, das wird fett heute. Viele Leute sind hier auch, aus der Auslandsparte. Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, dass hier alles super ist. Also die Stimmung ist super. Das Aufwärmen gefällt mir. Hier sind viele Leute auch, die nicht aus Wien sind. Beispiel aus Bratislava. Ich glaube, es ist heute richtig fett. Die Stimmung ist super. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, DJ. Are you ready? Spiel Musik. Gateat Da. 3, 2, 3. Wir będąn+. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Was man bereits herzieht, was die Jungen und Mädchen hier schon machen und tanzen können, ist sensationell. Hier habe ich zwei Mitglieder von Wild Rock Crew gefunden und fragte ein bisschen so über die Veranstaltung. Wie ist es für heute? Also wir sind gerade in einer halben Stunde gekommen und wir sind reingekommen und für uns war die Musik schon mal total cool, weil wir selber Dancerlovers sind. Jetzt beginnt das Dance Battle und wir freuen sich schon. Wir haben eine Showcase in hier, aber wir haben ja auch eine Showcase in hier. Und wir sind glücklich, dass wir hier sind. Vielen Dank für die Invitation und wir sind glücklich, dass wir alle Dancer in hier sehen. Und wir schauen uns auf alle Dancer. RG, y'all ready? Alles. Den Raum, den Raum und alles. Ja, ich finde die Organisator sehr gut, weil dass sie wirklich das alles zu Leben erwecken, finde ich einfach toll. Und wir sind glücklich, dass sie wirklich das alles zu Leben erwecken. All right, now all of us are gonna count down from three, very simple. I'm gonna look at each and every one of you and if you don't count, I'll swear to God, ready? Three, two, one. So I can't be in the picture, you guys are taking the picture without me, you're gonna never feel bad. Oh God. That's okay. That's okay. Noch einmal einen kräftigen Applaus für alle Tänzer. Dann schauen wir lieber hier. Hier, wicket, hier. It was wicket, wicket, wicket. Immer ein Beatbox. Hier, wicket, hier. Die Nummer, deeper. Ich komme rum. Dann configuration Papa. Das ist hier, wicket, w Chrystam. Das war's. Das war's. Das war's.